Herzlich Willkommen zu unserer Serie von Videoclips, die wir für Sie zusammengestellt haben zum Thema ökosoziale Steuerreform. Wer sind wir heute? Das ist zum einen der Benjamin Faflberger, er ist Steuerberater Berufsanwärter und der Patrick Zirkel, ebenso Steuerberater Berufsanwärter. Wir haben uns in den letzten Tagen sehr ausführlich beschäftigt mit der ökosozialen Steuerreform, insbesondere welche Neuigkeiten sie für Unternehmer bringt. Wir werden uns heute sehr genau anschauen, die Themen Einkommensteuertarif, Körperschaftssteuertarif, wie er sich ändert, welche Auswirkungen er mit sich bringt, weiter den neuen Gewinnfreibetrag, die Änderungen, die sich dazu ergeben haben. Neu ist auch eine Investitionsförderung durch den Gewinnfreibetrag, der neu eingeführt wird. Und dann haben wir noch ein Thema, das sehr viele von uns betrifft, insbesondere aufgrund der Corona-Jahre. Wie kann ich ein Arbeitszimmer steuerlich absetzen? Soviel zu unseren wesentlichsten Themen. Wir wünschen Ihnen in der Folge viel Spaß.